Also mit der Polizei habe ich weniger erlebt, dass die Krüger hat, das war eigentlich überhaupt nicht. In den Kontrollen habe ich das dann gesehen, aber anderthalb wurde wieder in Bordel, was auch in Frankreich ist. Die Tour, die fahren, bin ich ja bis jetzt so über 10.000 Kilometer. Also das ist schon gut, in Deutschland wäre man da öfter mal angehalten worden. Dann da oben ist wieder die Autobahn, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die klebt am Berg, schwindet sich von einem Tunnel in den nächsten, dazwischen eine große Talbrücke, direkt vor uns, am Anker oben. Das ist schon imposant, gibt es wohl auch erst einige Jahre oder relativ kurze Zeit, scheint noch sehr neu zu sein. Aber auch die N340 ist in den letzten Jahren wohl neu gemacht worden. Die ganzen Kreisverkehre wie der hier wieder und die Umgehung um die Orte, das hat so früher nicht gegeben. Ich kann das aber alles nicht so mit Sicherheit sagen, weil ich bin das erste Mal hier in Spanien, an dieser Stelle. Reingefahren bin ich ja über Nordspanien, an der Klasse, ich müsste lang nach Portugal, war auch eine wunderbare Strecke. War der Meinung nach sogar schöner als die hier in Mittelmeerland. Aber das ist gesprachsabelt. Also diese Steigungen, die waren an der hofabischen Atlantienküste nicht. Hier waren mal zwischen Bühnebau und Santander, waren mal kleinere Abschnitte, bergigere Abschnitte, was man dann am Rand der koordinären Landfuhr, aber nicht so extrem wie hier. Hier geht es ja teilweise doch schon ganz schön hoch. Und dann kleben immer wieder die Häuser hier an den Hängen. Kann man denn da freiwillig nur bauen? Muss man doch alles hochschleppen. Vielleicht fahren die Brustkirchen, das ist ein kleiner Hängen. Dann sind die da richtig nicht hoch. Mhm. So. Da muss ich doch gar nicht runterholen. Oh, da geht es. Oh, da geht es. Oh, da geht es.